Auf einer einsamen Insel vor Kap Horn wird ein neuer Leuchtturm in Betrieb genommen. Was als wissenschaftliche Mission begann, wurde zum gewagtesten Abenteuer ihres Lebens. Jules Verne, das Licht am Ende der Welt. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Ich bin Jonathan Congray. Hemmungslos missbraucht diese Frau die Gefühle der beiden Männer und schürt deren Hass aufeinander. Gnadenlos hetzt der Piratenhäuptling den Wissenschaftler Denten. Ein ungleicher Kampf um den Leuchtturm beginnt. Das Licht am Ende der Welt. Sie sind nicht manns genug, den zu erwischen. Komm mal raus, wir! Ohne ein Komplizum! Er kämpft allein gegen die erdrückende Übermacht dieser wilden Horde. Was können Sie mir bieten? Gar nichts. Sie haben um Hilfe gebeten. Und wir haben unser Leben restiert. In einem erbarmungslosen Zweikampf fällt die Entscheidung am Kaporn. Das Licht am Ende der Welt. Ein fantastisches Abenteuer nach dem Roman von Jules Verne. ZEBZ-ZEBZ-ZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZ